so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von black ops 3 multiplayer wir spielen demolition auf der map combine das momentan double xp auf flags und bombs spielmodi gibt das ganze nicht hardcore sondern normal und ja mal gucken wie es so läuft die runde scheint ja gleich schon wieder vorbei zu sein ja null null und wir waren last kill wird wahrscheinlich auch noch gezeigt jetzt oder echt die haben es noch geschafft ja das sterben ja das selbe russ und danach fliegt er in die luft ist ja klar jetzt muss man aufholen der fendt a&b schon das gute kepp package abgeworfen aber die kruder soll auch gut sein ach ja ich habe hier die tarn das tarnmuster geändert und leider glaube ich vergessen den aufsatz wieder drauf zu packen die mann o war holy shit lol mit der war machine haben die alle schon ihre perk waffen oder was ist hier los irgendwas verpasst geht doch ja wie viel hältst du da nicht wieder aus ja nicht schon wieder so ein drecks wie ich das war eine blöde idee er hat mich noch gesehen aber wir haben zumindest versucht ja super das ist doch schwul sowas am sporn hinzustellen ganz im ernst nein kommt ums eck ja das war es verloren man es geht aber ziemlich schnell zur sache hier hat der vier aufsätze auf seiner kura drauf glauben bei fast max rapid fire und laser visier okay aber wenn das so läuft in der letzten folgen von overwatch die ich aufgenommen habe es gibt es auf die schnauze und dann wird ausgeteilt schauen wir mal ok 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 2 7 haben wir gespielt aber dafür kann ich jetzt noch mal aufsätze drauf packen und das alles checken vielleicht doch mal die waffe wechseln was ist eigentlich kontrakt 200 score using score tricks und ok creator class hier wechseln wir mal die haben alle die kuh da keine ahnung wieso eigentlich schauen wir mal 7 10 10 15 20 20 15 15 15 selbe map sollte aber jetzt schon wieder besser laufen mal gucken gucken wie es mit der kula so läuft da sehe ich in letzter zeit sehr viele haben die die gepatcht also irgendwie gebuft oder so die razorback war in der ganze zeit irgendwie top mp also top allrounder mp ja schauen wir mal ja leute lauft halt außen rum diese blockerei immer oh nein aber war es der punkte haben wir gekriegt ja lol es ist wir konnten steve usen irgendwie das mit zu viel los komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ja die aufnahme läuft noch ja scheint so zu sein müsste kurzer black screen gewesen aber irgendwie nicht auf dem desktop geflogen keine ahnung warum sind die natürlich in der zeit wieder überall irgendwo kollege diese scheiß blockerei wenn leute unbedingt wo durch wollen ich meine sicher hätte ich auch woanders lang gehen können aber was soll's aber bis jetzt läuft schon mal nicht schlecht mit der kuda gut ich habe auch gute gelegenheiten hier da lag ich zu blöd so auffällig jetzt steht ein geschütz verdammt kuda fast max ist natürlich stark kriegen nichts gelegt mehr schade sieht echt nicht gut für uns aus gerade auch wenn ich sagen muss dass mir die kuda gefällt aber ich muss meinen elm verbessern auch mit der waffe der rückstoß ist schon krass oder muss das set up noch ein bisschen ändern die schweine ob sie vorgerust aha zwar keine ahnung wie das jetzt ein headshot gewesen sein soll aber wenn das spiel sagt wird es so gewesen sein auch von hinten kommt da wieder das kleine gemeine ding angefahren schon wieder desktop was ist los wieso ist das jetzt aufnahme läuft hoffentlich unverändert was ist das jetzt holy shit ich kann nichts mehr machen jetzt hat wieder ja verstehe ich nicht aber von beiden seiten kann ich nichts machen ich glaube wir müssen a opfern was war denn das steht er wieder auf lässt den koffer laufen holy moly manchmal schafft mich das game ganz schön geht der meine nur diffused ja das war's das haben wir wieder verloren oder ja es gibt es doch nicht lol burning man also ich kann mir da absolut die schulter klopfen ich hatte schon einige gelegenheiten mit der bombe gehabt aber was der resto gemacht hat weiß ich nicht dann hat mich das mega angekotzt dass ich ein paar mal auf dem desktop geflogen bin wo ich absolut nicht weiß warum so eine runde spielen wir noch da wird die folge vielleicht mal wieder ein bisschen länger ich weiß gar nicht wie lange ich gerade schon aufnehmen wieder für die folge aber was soll es eine runde noch ich möchte wenigstens einen sieg haben sonst ist es doof capture the flag klingt doch sehr gut so kann ich mir für die also grip habe ich ja schon theoretisch könnte ich die weg packen so ach so fast max haben wir noch nicht aber dann können wir den die accuracy noch ein bisschen erhöhen ich spiele sowieso selten irgendwie mit der secondary weapon ich weiß warum weiß gar nicht warum ich die manchmal drin habe dumm dumm der gorgon muss ich auch mal öfter spielen die brekkie ist auch nicht mehr so das was sie war ist die haymaker geiler ja mal schauen nicht schon wieder search and destroy auf kombine wer denn für die scheiße gewotet naja ist es wenigstens schnell vorbei passt zum runden ende und folgen ende jetzt müssen wir halt hier mega aufpassen sobald einer irgendwas sieht drauf schießen sofort okay wir haben noch zwei gegner schon wieder schon wieder auf dem desktop what the fuck black ops was ist los jetzt bin ich natürlich tot ist das game im fullscreen sollte eigentlich ja ist es warum kann ich da mit meiner maus manchmal da raus das fuckt gerade ab aber wir haben gewonnen zumindest die erste runde ich habe nichts dazu beigetragen aus dass ich wieder auf dem desktop war voll die nicht vorhandenen balls weggeschossen so jetzt aber hoffentlich mal ein bisschen mehr action warum bombe über mitte verstehe ich nicht das ist sehr gefährlich unten ist einer oh man na komm das ist oben und unten einer und von hinten geil team super super geil weißt du wir haben die bombe wir müssen angreifen das verstehe ich aber dann würde ich doch gleichmäßig vorrushen nicht gucken dass ein gegner durchkommt what the hell einer gegen zwei super ja da ist die shotgun wir gehen er legt sich drauf an er könnte jetzt einfach zum target gehen und planten vielleicht ne aber es bleibt weiter spannend Aber die Armbrust ist so geil. Er leckt halt wie Sau. Aber der Ping von dem schwankt auch übelst. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt noch ums Sieg nach Hause gehen. Das wäre echt schön. Hoho. Einen haben wir. Noch einer alive. Na, wo schleicht er rum? Vielleicht am Spawn oder von hinten irgendwo? Rund, win. Bam. Ahm, lol. So. Schau mal, was hier weiter so geht. Ich hoffe, der guckt da hinten. Wenn gleich einer von der Seite kommt, haben wir ein Problem. Sonst gehe ich da mal gucken. War... Es gibt's doch nicht. Komm schon, der macht ja noch kaputt da. Ist natürlich auch übelst lucky, wenn man da mit seiner Special Ability reinkommt in die Runde. Ahm, wenigstens konnte er es noch legen. 101. Rechts. Oh, schickes Ding noch. Das war noch schön gemacht. Die letzte Kugel noch, baam. Schon wieder Intermission, wie lang geht das denn? Hallo? Wir führen 3-1. Boah. Hier eskaliert schon einer. Lol. Zwei Leute runtergefallen. Round 1. 4-1. Komm jetzt aber wieder mit dem Flamethrower. Fuckin' OP das Ding. Aber gut, 4-1 gewonnen. Immerhin. Schon? Deine Kinder können compete. Leute. Wie die Updanced. Aber gut, Leute. Das war es mal wieder mit einer kleinen Folge. Ja gut, klein in Anführungszeichen. Von Call of Duty Black Ops 3. Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Bye bye. Bye bye. Bye bye.